also ein schiff weiß ich muss irgendwo am stand bloß wo wenn ich einmal aus nein aber geht weg schnell weg scheiß hexe und da ist noch mein Schreck kaputt gegangen jetzt darf ich aber überhaupt nichts mehr mir darf jetzt überhaupt nichts mehr passieren musst du nicht fluchen weg ich hab kein schwert mehr mein schwert ist weg mein schönes schwert ich weiß nicht wo ich bin ich bin glaub ich in die falsche Richtung gedackelt ne kann gar nicht sein ich konnte ja nur in die Richtung laufen nebel 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 nebäume ich verteidige mich mit meinem Boden ohne Pfeile das könnt ihr nicht gell ja ihr Hühnchen ah ja ich glaub wir sind nicht da dieses Telefon soll sich vergraben keine Ahnung wie es anfällt wie es sich wie es das tun soll er soll sich einfach vergraben passt da Punkt aus geht noch endlich geschafft ich hab's dir jetzt voll gegeben wir hatten wirklich alles ab hier aber wirklich aber wirklich so lege hier ja und da wird 30 Millionen weitere Tintenfische ok uerdo Melonen ... ... ... ... ... ... ... Ja, wo ist Kaninchen? Ja, wo ist Hühnchen? Haben wir hier noch was? Knochen? Alter, haben wir viele Knochen, das ist unglaublich. Ein Ei, ein paar Federn, Faden. Ist das weiße Wolle? Ja, wir wissen, Akku ist leer. Aber nervt uns nicht damit, das nervt. Genau. Ups. Sand, 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 Schaufel, Holz, Stein, Eisen, hier alles. Eisen, Achsen könnten wir gebrauchen. Oh, haben wir viel Eisen. Daraus basteln wir jetzt was. Der Eisenhelm, wie der aussieht. Sieht aus wie ne Jeans. Einfach ein T-Shirt. Und die Schuhe. Hübsch. Und die Hose. Sehr schön sehen wir aus. Mit unseren tollen Sneakers. Die Diamanten! Die lassen wir noch erstmal da. Ach, da ist auch noch was, aber gut. Zack. Dann muss ich was machen. Hm. Gehen wir mal ab. Ich klebe hier mal drin. Für sich mal nicht. Nehmen wir Holzhacken. Weil das sein muss, kriegen wir das. Wir hatten jetzt den Großen. Beziehungsweise einer der Großen. Ja. Ja. So, Hackschneider. Du Hackbust. Hack, Hack. Okay. Das ist viel schwieriger, wenn das Spiel laggt, irgendwas zu machen. Das ist viel schwieriger, wenn das Spiel laggt, irgendwas zu machen. Ich glaube, ich mach gleich Pause und warte, bis es fertig geht. Dann mach ich weiter. Das ist ne gute Idee. Die Framerate zum Schick im Keller. Kann wir mal kurz gucken. FPS 29. Das ist ja... sehr schön. Wie gesagt, mit dem Timbermott wird das alles viel leichter gehen. So. 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 O.K. O.K. Nah hin! Mein Gott. Guck mal nachher. So. Wir hatten ja alles zu Gott zufrieden. Gibt's ja genug Bäume. Guck mal. Nein. Naja. Jetzt fallen die einen runter.